Die 10 Windows-Gebote. Also nicht die Windows-10-Gebote. 1. Du sollst keinen Kaffee in die Tastatur schütten. 2. Du sollst nicht mit deinen Fettfingern auf den Bildschirm tatschen. 3. Du sollst deine Festplatte regelmäßig aufräumen. 4. Du sollst immer dein Betriebssystem herunterfahren, bevor du deinen Computer ausschaltest. 5. Du sollst die Highscore-Liste nicht manipulieren. 6. Du sollst nicht die Hälfte deiner Arbeitszeit, Solitaire oder Minesweeper spielen. 7. Du sollst nicht begehren deines nächsten 19-Zoll-Monitor. 8. Du sollst deine Freunde nicht mit nichtssagenden E-Mails bombardieren. 9. Du sollst keine Götter neben Bill Gates haben. 10. Du sollst dich vor dem Äppel der Versuchung hüten. Amen.